hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft craft it so wir haben es herausgefunden dass wir das doch hier so betreiben können aber jetzt würde ich sagen ich glaube wir müssen uns wirklich überlegen wie wir das besser machen und platz her ich glaube wir müssen das anders machen gleich es wäre besser hier drüben eigentlich wäre es eh besser wir würden viel mehr energie produzieren dass wir das wohl nicht hätten das wir gerade haben ich habe es noch kurz weg nochmal so ok der macht jetzt hier der produziert eh kein Lama hier ich mache mal kurz das ME System die gerät hier oben rein so da kann ich kurz mit Lama aushelfen wenn es dann sein muss so dann pumpe ich hier kurz weg den nehmen jetzt mal kurz mit hier rüber so da hat er immer genug energie nämlich für diese sachen hier so jetzt brauchen wir disk drive disk drive ähm so disk drive das heißt wir brauchen noch silikon und diese diamanten müssen nachgepasst werden die mann so da ok einfach so ein geraden machen wir gar nicht mehr haben wir den Okay, dann haben wir diesen Chip, den wir jetzt brauchen für den Distripe, wie ich sie sehe. Okay, gut, den haben wir jetzt mal, das Case können wir bauen, nehmen wir das angereicherte Eisen herum, äh, angereicherte Eisen, hallo, nicht die Spitzhacke, drum positionieren, dann kriegen wir das Cage raus, okay, so, das Cage, dann bauen wir noch eine Kiste, so, zack, zack, und das hier, ach, das muss auch in den Soldat, okay, mein Gott, muss alles in den Soldat rein, so, war das vorher auch schon so, oder haben die das Rezept geändert, hier kommt das gar unbekannt vor, gut, dann wird das wieder alles zusammenbepress, so, und dann haben wir den Disk Drive, okay, die packen wir jetzt ebenfalls hier, gleich im Anhang, so, dann brauchen wir eine, äh, ME, Disk, ne Disk, da ist denn die Dinger, ey, was ist das hier, Network Card, ne, ne, Disk, dann haben wir, äh, wenigstens mal ne 1K, 4K, ich würde, ich würde gerne 4K eigentlich machen, das heißt, wir müssen, hier ein paar Sachen herstellen, wir machen gleich eine 4K, das kriegen wir schon hin, bin überzeugt, okay, machen wir 4K, ähm, dafür brauchen wir, so, dafür brauchen wir das hier, oh, was, Glas, ich brauche nur Glas, das hat nur Glas im Inventar rein, das ist wie so ein Scherz, so, ne, ich kliere Glas, normaler Glas, bis wir eigentlich nur noch haben, Scheiben, äh, ich weiß, wo wir haben, natürlich, bei den Hühnern, hier haben wir hier im Grill ein Glasdeck, so, okay, wir schlafen ganz kurz, auch um, überraschend zu verhindern, so, dann der Leitnerot mal hier rein, dieser hier rein, so, gut, also, ich suche mal nach 4K, dann habe ich immer, alle anderen Sachen sind so, 4K, okay, so, dann, kommt, fällt hier noch, so, dann fällt das hier noch, printer, zählen, ähm, das mit Eisen, okay, tun wir mal ein Stack Eisen durchlassen, am besten, dann haben wir ein paar nämlich da, okay, so, dann, Redstone brauchen wir auch wieder, ja, einiges sogar, das ist natürlich, ein bisschen Ressourcen-lastig jetzt, aber, bitte schon was, okay, warte mal, ich habe mich schon genug, äh, 4K, 1 noch, noch eins, dann kannst du euer Part, nee, so, gut, schauen wir mal, was uns jetzt noch fehlt, ich würde sagen, nur dir noch, aber, da waren wir nur 4, komm, dann kann ich abbrechen, okay, dann die Silicon, pardon, Silicon-Dinger, äh, Redstone, und die drauf, und da bin dann auch schon die 4K-Rings bereit, und Basic-Prozessor, okay, dann haben wir das gleich, äh, es hat schon so 4.000 Items, klingt noch viel, aber es ist dann so schnell, so wenig, so, okay, jetzt können wir das nicht bauen, okay, jetzt ist es noch eine Redstone, ja, alles lau, dann ist es dann gut, so, okay, Redstone, move this, so, dann in die ME-System rein, zack, so, hä? die Worte sind ein Fehler, oder? Hier, aber das wollte ich schon sagen, ey, ähm, genau, dann brauchen wir einen Grid, äh, eine Grid brauchen wir dann, äh, Grid Storage, Crafting Grid, ja, wir brauchen eh, ich glaube, wir brauchen beides, wenn ich, nicht, so, Redge, Pattern Grid, wir brauchen, kurz erstmal die Grid, okay, ach du Scheiße, okay, gut, also dann schauen wir, was wir brauchen dafür, Grid, also brauchen, zuerst mal das hier, so, dann, so, Basisprozessor und Closed on Dust, Basisprozessor und Closed on Dust, wir haben hier kein Closed on, wir haben Closed on drüben, die Hühnen produzieren ja bereits, ja, 21 Kilometer hin, gut, gut, okay, also, ein Basisprozessor, so, den haben wir, dann brauchen wir das hier, äh, Goldbahn, kann ich die Nuggets wieder zu Bahnen verarbeiten, ja, nur nicht so, neun Bahnen sind ein Nuggets, ne, okay, dann muss ich den Solderkurs, die mal zerkleinern, und dann brauchen wir, wieder Pinsel Silikon, eine brauchen wir noch so, wahrscheinlich, die Redstone, aber ja, genau, wie immer, so, das hier, das hier, und so, Hühnerscheiße, das ist also nachher nicht schlecht, man kann auch wirklich Sachen herstellen, gleichzeitig dann wieder verkraften, so, okay, ähm, so, falsch, so, gut, jetzt fehlt uns noch den hier, Badprozessor und Netterquartz, äh, den kann ich mir herstellen, oder, so, nein, mein Gott, wie, wie habe ich den nicht, äh, Eisen, so, er ruft her, so, jetzt haben wir alles, oder, äh, hallo, so, ah, eh, mein Gott, jetzt kann ich, kann ich herstellen, oder, nicht mehr, nein, drücken wir noch, Moment, jetzt mal, das ist ein Problem, Moment mal, ne, stimmt, jetzt kann ich ihn craften, welchem rechten Menü wäre, mein Gott, so, jetzt aber, geht doch, okay, dann wieder, Menü rein, so, das alles, so, jetzt stelle ich die Grid mal daneben dran, ah, kann ich das Zeug reinwerfen jetzt, Tatsache, okay, okay, jetzt bauen wir aber ein Crafting Grid noch, also eigentlich wäre das eh besser, oder, Crafting Grid, habe ich noch einen, nein, ich muss noch kurz Diamanten haben, habe ich hier den Diamanten, habe ich hier jemanden jetzt, äh, Manischischen Ohr, Platium Ohr, jemand Ohr, gut, genau, tun wir sie kurz crashen, die Sack rein, ähm, Sack rein, der Kies, kurz raus, so, so, dir MannSolder rein, so, da war ich in der Workbench noch, äh, Solder, okay, so habe ich noch einen, ja, einen habe ich noch, gut, dann kommt der hier rein, der hier und der hier, Hier, genau. Dann eine Crafting Bank. Jetzt haben wir den Grit rein. Dann bauen wir den hier ab. So, dann so, so und so. Genau. Dann haben wir Zugriff drauf und können dazu craften. Das bringt viel mehr als nur ein Grit selber. So, ok. Gut, sehr gut. Jetzt können wir hier hinbauen. Hier. So. Genau, jetzt haben wir hier das ganze Armee System. So. So. Jetzt haben wir Zugriff auf alles und können das gleich hier craften. Wunderbar, oder? So. Jetzt geht es darum, die Stromproduktion hier zu erhöhen. Das heißt, wir brauchen jetzt mal noch Lava Generator. Ähm. Lava. So. Was fällt uns denn hier dazu? Oh, von vorne ist. So. So. Das ist so ein Ding. Man. Wir können dann nachher extern noch Sachen dranhängen. Wir versuchen natürlich möglichst nicht das ME System zu überlasten damit. So. 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 Jetzt habe ich doch ein paar gebaut. Wir brauchen noch normalen Stein. So. 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 Okay. So. Das fällt uns schon wieder was. Goldbahn. Goldingots Ok, so noch einer Voila Gut, dann machen wir sie immer so hin So, dann brauchen wir Fluid Die Fluid-Dinger Fluid Schauen wir, welche wir noch haben Das mal rein Das mal rein Kiste rein Sachen, die wir jetzt brauchen könnten Schienenblock rein Öfen rein Ich hätte sogar vorher brauchen können Sand rein Wolle rein Klausel rein Kies rein Granit Wolle rein Wolle rein Wolle rein Wolle rein Wolle rein Redstone Silikon Kohle Redstone Wolle rein Wolle rein so habe ich eins dabei so gut jetzt habe ich die Reitmacht reingetan wieder so endlich ein bisschen Platz hier oh das war falsch moment extern los extern los extern los so werden die auch in Folge gepumpt es geht darum noch mehr von diesen Basic Capesatoren zu bauen diese Basic Capesatoren sowas fehlt uns hier den hier und da fehlt uns Kupfer wir haben eines Kupfer drüben das holen wir uns gleich die Hühner geben uns zurück etliche Kupfer so eins der Kupfer einmal wir können hier noch etwas mitnehmen was es uns bringen würde wahrscheinlich demnächst äh ja Quarz sonst der Quarz mit Bowmehl Eier wir lassen es mal so gehen wir rüber ok so dann das rein und das rein kurz F3 mal drücken ja wir sind bei 3 GB angekommen die ganze Maschinen saugen schon ziemlich Leistung man merkt schon äh gut ähm äh jetzt hat es zu wenig Gold nachgezwungen so ok gut oh ne wo ist der wo die Klocke schlafen so ein blöder Zombie ich kann doch einfach die Tür zu machen das wird auch gelöst der ist in unserem Haus der ist in unserem Haus mit die Augen kurz bist du? da bist du da bist du wo hat Lübeck hier fallen gelassen ok wir werden das einfach mal alles in die rein werfen ins Terminal System so wobei alles brauchst du nicht das können wir einfach brauchen und das können wir brauchen der Rest kann man eigentlich vernichten und das kann ich auch nicht vernichten so rein mit dem Puder und äh Spielsack auch rein so gut also da war was so wir sind da gewesen 3 3 1 und jetzt 5 jetzt habe ich den Rest das kann man brauchen dann brauchen wir so wieder keiner zum brauchen wieder keiner zum brauchen mehr mehr ah so Kapstatoren fehlen gut haben doch aber einige von denen jetzt gebaut jetzt können wir nämlich die Linger verbinden ähm das war immer eigentlich meine Idee so da gibt es noch ein riesiger riesengenerator das heißt jetzt sehen wir es nur ausgeht okay ähm wir müssen noch die Energiekram haben exakt und so Energie Energie okay jetzt kommt wie was fehlt was haben wir nicht genau fehlt ah Gravel okay Gravel haben wir ja okay Gravel ähm ja brennen wir mal so das läuft schon mal ja wir sehen zur Zeit dass wir eben nichts sehen das hat keine Energie an und der hier brutzelt die Energie weg ja wir sehen zur Zeit auch ehm so überlegen wir die Regulierungsschmerzen die haue ich dann auch mal hier drüben hin Es wäre nur ein Energiekabel gut, wenn ich das noch gerade hätte, also auf die Schnelle. Ah, wieder ein Energiekabel, okay, so besser, so. Ja, ich glaube, es geht jetzt auch aus. Extrakt los, extrakt los, so. Warte mal, hey. Hat Katarina's die Lava runtergehen soll? Oh, kurz. Ah, nee, 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 extrakt, so, warte mal. Und das ist Insert. Ja, das stimmt schon, insgesamt. Ah, warte mal, das ist Insert und das ist Extrakt, so. Und bei dem ist Insert und bei dem ist Extrakt, so. Lava rein, dieses raus. Hier auch, hier Insert und bei dem Extrakt los. Bei dem wieder Insert und bei dem Extrakt los. Hier auch Insert und das Extrakt. So, es geht Lava rein, die Sonne raus. Also, da geht mehr raus als rein. Null. Wir haben nichts drin. Ich bin zu wunderbar, wenn es ein Black Wars bekommen hat inzwischen Zeit. Nix sei nix. Das ist so traurig. So machen wir mal so. Jetzt kann der Lauf inzwischen Zeit laufen. Ah, das hat ein Ding so immer hier oben eigentlich. Das kann ich jetzt nie verstehen, wie er wäre. Boah, ich sehe schon die Folge, ist ja eh schon lange wie vorbei. Ja gut, dann würde ich sagen, bedankt für's Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Crafted. Bis dann und tschau tschau. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.